Musik Die größte Kraft des Lebens ist der Dank, sagt der Pfarrer Hermann von Betzel. Mit diesen Worten begrüße ich euch herzlich zu Gebet für dich live. Heute soll es um das Thema Dankbarkeit gehen. Ich werde mich mit Isolde und Daniel darüber unterhalten, wie wir noch dankbarer werden können. Die beiden leiten das Missionswerk Karlsruhe und werden für euch beten. Herzlich willkommen ihr beiden. Hallo Elena. Hallo Elena. Diese Sendung haben wir aufgezeichnet, weil Isolde und Daniel die Möglichkeit haben, eine lang geplante Israelreise anzutreten. Aber das Gebetsteam ist trotzdem heute live für euch an den Telefonen und für euch da. Deshalb schreibt uns eure Anliegen und ruft uns an, damit wir für euch beten können. Ich bin Elena Wessling und begleite uns durch die Sendung. Daniel, seid ihr dankbare Menschen? Ich glaube schon, dass wir dankbare Menschen sind. Ein ganzes Leben eigentlich Dankbarkeit gelernt. Als Kind groß geworden, wo die Eltern recht arm waren und sich hochgearbeitet haben. Dann später im Missionswerk, wo ich auch schon viele Jahrzehnte tätig bin und habe ja alles mitbekommen. Mein Großvater hat es ja gegründet. Und da hat man so viel Dankbarkeit gelernt, weil man aus einem Nichts immer wieder ein Stück mehr entstanden ist. Und nicht, weil die Leute einen irgendwo unterstützen müssen, sondern weil sie es getan haben und wir immer mehr tun konnten, mehr tun konnten. Und da ist man nur noch dankbar. Worüber könnt ihr euch freuen? Ja, freuen über so viele, viele Dinge. Aber wo ich mich auch ganz besonders freue, ich nenne es auch Gunst, wo so ganz banale Dinge passieren, wo ich wirklich auch sehe, die Liebe Gottes im Alltag. Und das freut mich so sehr. Wie würdest du denn Dankbarkeit definieren, Daniel? Dankbarkeit würde ich mit dem Wort Wertschätzung definieren. Wie ich Gott wertschätze, indem ich dankbar bin, aber auch Menschen. Das Wertschätzen, weil man irgendwie etwas bekommt. Wir sind immer gerne dankbar, wenn es große Sachen sind. Aber ich glaube, wir dürfen nie vergessen, auch für das Kleine dankbar zu sein. Das heißt, manchmal kann es auch schwer sein, dankbar zu sein? Ja, das kann schwer sein. Manchmal, ich habe da so ein Paradebeispiel. Wir waren unterwegs mit dem Omnibus für eine Veranstaltung, kommen in eine Halle und der Hausmeister war alles andere als hilfsbereit. Habt ihr nicht bestellt? Licht gibt es nicht. Das geht nicht. Und so weiter. Und ich habe wirklich versucht, die kleinsten Dinge, danke, dass sie heute da sind, danke, dass sie uns aufgeschlossen haben. Und es hat wirklich funktioniert. Wir hatten am Schluss alles. Und wirklich, Dankbarkeit ist etwas, wo man auch Menschen wirklich auch motivieren kann. Isolde, wie drückst du deine Dankbarkeit aus? Ja, Dankbarkeit kann man ausdrücken, wie man Menschen entgegenkommt, wie wir es gerade gehört haben. Einfach in Freundlichkeit, wenn sie auch vielleicht mürrisch sind oder was auch immer. Einfach freundlich entgegenkommen oder Kleinigkeit schenken oder einfach etwas Gutes tun. So kann man die Dankbarkeit ausdrücken oder einfach Danke sagen. Und du hast uns ja auch Gebetserhörungen mitgebracht, in denen Menschen erzählen, was sie mit Gott erlebt haben. Und da drückt sich ja auch ganz viel Dankbarkeit aus. Ja, die Menschen sind immer sehr dankbar, wenn sie das Eingreifen Gottes in ihr Leben erlebt haben. Und da kann man auch wirklich nur danken. Und auch hier haben wir eine Freude über eine Gebetserhörung. Eine Frau schreibt, ich möchte euch etwas Erfreuliches mitteilen. Im Oktober wird unsere Tochter heiraten. Ihr hattet damals für sie gebetet und danach war bald standesamtliche Trauung. Durch Corona wurde die Hochzeit immer wieder verschoben. Und jetzt steht der Termin. Der Herr hat uns sehr gesegnet. Manchmal, nach euren Briefen, passiert etwas. So habe ich zum Beispiel Herpes, das mich jahrelang wählte, verloren. Der Herr hat mich geheilt. Ich danke von ganzem Herzen für alle Gebete. Und diese Dankbarkeit kann man nachvollziehen. Und eine Mutter schreibt uns Folgendes. Mein Sohn hatte durch die Pandemie keine Arbeit mehr und wurde sehr depressiv. Ich schlug ihm vor, ein Gebetsanliegen zu schreiben und an euch zu schicken. In Gedanken formulierte er einen Text und wollte gerade das Gebetsanliegen ins Internet schreiben. Da klingelte sein Handy. Ein Bekannter, mit dem er eine lange Zeit nicht mehr gesprochen hatte, meldete sich. Er bot ihm genau den Job an, den er so dringend brauchte. Er hat eine sehr gute Bezahlung und Spaß an seiner Arbeit. Ich danke Jesus Christus von ganzem Herzen. Gott hört auch Gebet, bevor wir rufen. Und so steht es auch in der Bibel. Er kennt unser Anliegen schon, bevor wir es abschicken oder schreiben. Aber die Entscheidung ist wichtig, dass wir es Gott bringen wollen. Und wenn ich diese Geschichten höre, dann lass uns doch direkt losbeten. Uns haben zwei Anliegen erreicht, in denen es um Entzündungen geht. Ich habe eine Entzündung im rechten Knie mit starken Schmerzen, die in den Oberschenkel ausstrahlen. Arthritis. Deshalb bitte ich um Gebet. Und ein Mann schreibt uns, ich habe seit sechs Wochen eine große Entzündung am rechten Arm, die einfach nicht heilen will. Bitte betet, dass Brennen, Juckreiz und Nässen verschwinden. Leider komme ich bei meiner Arbeit immer wieder mit Staub und Dreck in Berührung. Ein besserer Job wäre auch schön. Danke, Herr, dass du diese beiden Anliegen kennst. Und ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr, Herr, dass du auch Arthritis besiegt hast, diese Krankheit. Und ich danke dir, Herr, dass du wunderbar jetzt eingreifst und das Wunder tust. Ich danke dir dafür, auch für die zweite Person mit der Arbeitsstelle. Herr, du siehst die Unzufriedenheit, du siehst das Verlangen, Herr, du siehst die Not. Und ich danke dir dafür, dass du Herr bist, der die Lösung hat. Danke. Amen. Unsere nächste Geschichte zeigt, dass Menschen großartige Erfahrungen mit Gebet machen. Diana Brecht bei ihrer Arbeit im Friseursalon. Seit 35 Jahren betreut die Friseurin ihre Kunden rund um das Thema Haare. Im Mai dieses Jahres geht sie zu einer Routineuntersuchung zum Frauenarzt und erhält eine erschütternde Diagnose. Krebs, bösartiger Tumor am linken Eierstock. Ich war total erschüttert, in Panik versetzt. Ich dachte, Krebs, jetzt war's das. Als erstes bin ich dann hingegangen und hab Gebetsfreunde angerufen, mit unter anderem Daniel und Isolde Müller, Karlsruher Missionswerk. Die hatten dann für mich gebetet. Danach ging es erst besser. Dann hatte ich noch ein CT. Und dann kam der schlimme Befund. Die hatten am rechten Eierstock auch noch einen Tumor festgestellt. Also es hieß zwei bösartige Tumore. Ja, die nächste Reaktion war nochmal ein Gebetsaufruf gestattet unter Freunden. Ja, und dann hab ich mich gehe gelassen im Vertrauen, was Gott jetzt macht. Eine Operation wird angesetzt. Vorher macht Diana noch einen Kurzurlaub. Ja, dann bin ich noch hoch an die Ostsee gefahren, zu meiner Freundin. Und das hat mir so richtig gut getan. Dann hab ich so Erlebnisse gehabt, wo ein riesiger Regenbogen kam. Ich stand unten drunter und ich hab richtig gemerkt, dass Gott mit mir ist und bei mir ist. Und ich hatte total Frieden, auch in dieser ganzen Situation bis zur OP. Der Tag der Operation steht an. Ja, bei der OP, es wurde angesetzt normal, sieben Stunden OP mit Bluttransfusion, großer Bauchschnitt. Dann hatten die die Pathologie, den Befund abgewartet. Und dann kam raus, dass alles gutartig ist. Also es hieß, es war nur ein kurzer Bauchschnitt, kein Krebs, ich war gesund. Also alles gutartig. Dank sei Gott. Ich war so von Glück erfüllt. Ich hab dann nur gesagt, Gott, das war Gott. Der hat mich aus dem Ganzen rausgeführt. Vielleicht belastet dich etwas. Vielleicht hast du auch Probleme, für die du beten möchtest. Dann schreib uns gerne eine E-Mail an gebet-admissionswerk.de oder ruf uns unter dieser kostenlosen Telefonnummer an. 0800 240 44 70. Du kannst uns auch über WhatsApp erreichen. Oder wenn du uns gerade auf YouTube zuschaust, kannst du dein Anliegen einfach direkt in die Kommentare schreiben. Isolde, manchmal haben wir Mühe, dankbar zu sein, weil wir unser Zuhause oder unseren Arbeitsplatz als selbstverständlich annehmen. Ja, wir denken, das ist alles so normal und haben gar keine Dankbarkeit mehr für das, was wir haben. Aber wenn wir einmal nach Indien kommen, was wir ja öfter mal machen und in Kalkutta dann sind, bei den Menschen, denen wir helfen wollen, dann sehen wir den Unterschied. Die haben gar nichts. Die sind auf der Straße, haben nichts zu essen und kein Dach über dem Kopf. Und wenn wir dann nach Hause kommen, dann merken wir erst, in was für einem Paradies wir wohnen. Wenn wir den Wasserhahn aufdrehen und frisches, sauberes Wasser kommt heraus, das ist einfach so eine große Dankbarkeit dann, was wir haben dürfen. Und in Indien ist das Wasser so verseucht, dass man es gar nicht trinken kann. Und das ist so ein großer Unterschied. Und wir sind so dankbar, wenn wir das immer sehen dürfen, was wir alles haben hier in Deutschland. Das heißt, wir brauchen manchmal so einen Zwischenfall, um zu realisieren, dass wir eigentlich dankbar sein können? Ja, wie Isolde erzählt hat, also haben wir auch in Indien gesagt, das sollte einmal jeder Deutsche erleben. Dann wird man wieder wirklich dankbar, auch für kleine Dinge. Wie jammern wir doch in Deutschland auf einem hohen Niveau und es geht uns doch recht, recht gut. Und da ist manchmal auch gut, dass man wirklich sich mal auch mit der Not befasst. Sind dankbare Menschen dann glücklichere Menschen? Ja, ich glaube, dankbare Menschen sind glückliche Menschen, weil sie haben was erlebt. Uns haben zwei Anliegen erreicht, in denen es um Gesundheit geht. Eine Frau führte über 20 Jahre eine Physiopraxis, ist nun verrentet und hat gesundheitlich Probleme am Rücken. Sie ist in Umzugsvorbereitungen und braucht Gebet für ihre Gesundheit sowie Kraft für den Umzug. Und eine andere Frau bittet um übernatürliche Hilfe und Heilung von Gott für ihre Tochter, ihren Mann und sich selbst. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du diese Frau kennst mit diesen Rückenschmerzen, die jetzt einen Umzug vor sich hat und der sicher wie ein Berg vor ihr liegt. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst, dass du diesen Rücken heilst, dass dein Heilungsstrom fließt und dass diese Schmerzen aufhören. Danke, Jesus. Wir entmachten diese Schmerzen im Namen Jesus. Und ich danke dir, dass dieser Umzug so wunderbar vonstatten geht, wie sie es sich gar nicht vorgestellt hat. Danke, Jesus. Und du weißt auch die anderen Personen. Danke, Jesus, dass du da auch ein übernatürliches Wunder tust. Jesus, du weißt, an was sie leiden oder was die Ursache ist. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass du diese Situation veränderst und dass du wirklich da einen Ausweg schaffst und eine Lösung hast. Danke, Jesus. Amen. Amen. Isolde, die haben noch mehr Zuschauer geschrieben, was sie mit Gott erlebt haben. Ja, ein Mann hat keine Schmerzen mehr und er schreibt, ich litt seit längerer Zeit an Hüftschmerzen, vor allem auf der linken Seite. Beim Sitzen hatte ich starke Schmerzen. Beim Heilungsgottesdienst am 2. März 2021 sagte Daniel, dass jetzt Leute, die beim Sitzen Schmerzen haben, geheilt werden. Seither sind die Hüftschmerzen weg. Bis heute. Und wir freuen uns über jede Heilung. Und das ist doch eine andere Lebensqualität ohne Schmerzen. Ich bat euch um Gebetsunterstützung wegen meiner Trauer um den Tod meines Vaters. Ich war in Traumata-Symptome, in Ängsten, Panik, Schmerzen und Sterbensangst, die seit dem Tod meines Vaters Mitte 2019 nicht aufhörten. Ich muss nun ein großes Danke aussprechen, denn ich fühle mich befreit und die Symptome sind seit mehreren Wochen weg. Ich danke dem Herrn und dem Gebetsteam für die Unterstützung. Gott heilt auch unsere Seele und erkennt auch unsere seelischen Schmerzen und begegnet dem. Danke. In der Bibel steht ja, opfere Gott Dank. Daniel, wie ist das gemeint? Ja, Dankopfern. Es steht auch drin, kommt mit Dank vor mein Angesicht. Ich habe mir angewöhnt, und das merkt man auch in den Gebeten hier in dieser Sendung, wirklich auch Danke zu sagen im Voraus. Danke zu sagen für das, was noch nicht geschehen ist. Und in dem Danke ist auch ein Glaube drin, dass es geschehen wird. Und das ist wichtig, dass wir, manche kommen so als Bettler vor Gott und Gott machen und bitte, 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 bitte. Und je mehr sie betteln, meinen sie, sie können irgendwas rausbetteln. Ich glaube, die bessere Lösung ist, zu sagen, Danke Gott, dass du alles im Griff hast. Danke Gott, wenn ich es auch nicht verstehe, wenn ich es auch nicht spüre. Danke. Du hilfst mir. Das klingt ja danach, dass Dank vielleicht manchmal auch eine Entscheidung ist und mich vielleicht manchmal auch etwas kostet. Ja, Danke ist schon eine Entscheidung. Und wenn man unzufrieden ist oder neidisch ist, kann man nicht dankbar sein. Und man muss sich einfach die guten Dinge vor Augen führen und diese Unzufriedenheit oder Neid oder was auch immer einfach ablegen. Und sich entscheidend, dankbar zu sein für das, was man hat und für das, was man erlebt an Gutem. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, Dankbarkeit macht das Leben erst reich. Ja, ich glaube, das kann ich bestätigen. Wenn man dankbar ist, ist man auch viel mehr ausgeglichen. Man fühlt sich wohl und ist was ganz anderes, wie wenn man mürrisch ist und unzufrieden. Und ich glaube, die Haltung macht wirklich das Leben reich. Vielleicht hast du auch eine Not, für die wir mit dir beten können. Schreib uns dein Anliegen oder ruf uns an. Wir bitten gerne für dich und sind für dich da. Zwei weitere Bitten haben uns erreicht. Ich bitte um Gebet für Beinödeme und Entzündungen in meinen Füßen. Ich bin seit 57 Jahren Diabetiker Typ 1 und da sind Entzündungen in den Füßen problematisch. Und ein weiteres Anliegen. Ich bitte auch nochmals für Gebet, dass meine Mutter wieder ganz gesund wird. Sie hat immer Schmerzen wegen ihrer Arthrose. Sie liegt im Krankenhaus wegen einem Oberschenkelbruch. Zudem leidet sie wegen den vielen Tabletten den ganzen Tag an Übelkeit. Danke, Herr, du kennst jetzt auch die ganze Situation mit den Beinen und ich danke dir, Herr. Danke, Herr, dass das wieder in Ordnung kommt und danke, Herr, du bist der Löser, du bist der Heiler. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr. Herr, egal wie kompliziert es ist, du hast Lösungen. Ich danke dir dafür und auch für diese Mutter im Krankenhaus. Ich danke dir dafür. Begegne du ihr, aber auch ihrem Leiden. Herr, ich danke dir. Herr, lass sie verspüren, Herr, dass du ihr ganz nahe bist, dass du der Gegenwärtige bist. Ich danke dir von Herzen, dass du eingreifst. Amen. Amen. Zu unserem Thema von eben. Wer undankbar ist, kann sich auch nicht richtig über schöne Dinge freuen. Wie kann man Personen helfen, denen es so geht? Ja, man kann ihnen wirklich helfen, dass sie lernen, dankbar zu werden. Das ist die Frage. Also ja, für das Kleine wirklich auch dankbar zu sein, indem man eigene Erlebnisse erzählt, wo man wirklich Gott erlebt hat, wo man Dinge von Menschen erlebt hat. Manche muss man darauf hinweisen, dass das eigentlich, was sie erleben, nicht was Selbstverständliches ist. Nur weil man es oft erlebt, ist es nicht selbstverständlich. Und dass man wieder dankbar wird für Dinge, die man für uns selbstverständlich sind, in einem anderen Land es gar nicht gibt. Hast du da auch Tipps und Ratschläge, wie man Dankbarkeit lernen kann, Isolde? Ja, einfach auf die guten Dinge schauen. Wenn wir uns mal ein bisschen Zeit nehmen und überlegen, auch was Gott schon alles in unserem Leben getan hat oder was uns Gutes widerfährt jeden Tag, das ist doch schon ein Dankwert. Und ich glaube, da kann man auch lernen, einfach auf diese Dinge zu schauen und das ganze Negative einfach wegzulassen. Noch mehr Tipps zum Thema Dankbarkeit findet ihr übrigens im Leitfaden Alltagsveränderer. Geht auf die Website, dort könnt ihr das Heft kostenlos bestellen und die ersten zehn Anmeldungen erhalten übrigens noch ein kleines besonderes Geschenk dazu. Und zwar dieses Multitool, das auch ein wahrer Alltagsveränderer ist. Ich kann das gut gebrauchen. Dann lasst uns weiter beten. Weitere Anliegen liegen uns vor. Ich bitte für meinen Sohn und meine Schwiegertochter um Heilung von Nachwirkungen einer Corona-Erkrankung, insbesondere Schwäche, Geruchs- und Geschmackssinn. Und eine Frau schreibt, ich bin seit dem Tod meines Mannes nicht wieder richtig gesund geworden. Ich habe häufig Darmprobleme. Ich wünsche mir wieder Kraft, Heilung und Stärke, damit ich für meine Familie und Freunde da sein kann. Ja, Jesus, wir danken dir, dass du der Helfer in jeder Not bist und dass du auch die beiden Menschen des Ehepaars kennst mit den Nachwirkungen von Corona. Und ich danke dir, dass diese ganzen Nachwirkungen verschwinden im Namen Jesus. Und ich danke dir, dass sie vollkommen wiederhergestellt sind, dieser Geruchs- und Geschmackssinn und was da alles noch im Argen liegt. Und ich danke dir, Jesus, dass du auch dafür ans Kreuz gegangen bist und dass du stärker bist oder deine Macht größer ist wie jeder Virus. Und ich danke dir auch für diese Frau, die so um ihren Sohn trauert. Und ich danke dir, dass diese Trauer jetzt ein Ende hat. Und ich danke dir, dass wir diese Trauer auch entmachten und dass dein Frieden kommt, dass dein Trost kommt und dass sie wieder gesund werden kann. Und ich danke dir, dass auch dieser Darm wieder in Ordnung kommt. Und danke, Jesus, dass das alles zusammenhängt und dass das mit einem Aufwasch dann alles erledigt ist. Und danke, Jesus, dass du eingreifst und dass sie wirklich Frieden hat und dass diese Trauer ein Ende hat. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Meldet euch gern bei uns. Ruft uns an oder schreibt uns euer Anliegen, damit wir für euch beten können. Unser Gebetsteam sitzt jetzt vor dem Telefon und freut sich auf euren Anruf. Menschen machen ganz individuell ihre Erfahrungen mit Gott. Das zeigt auch der weitere Verlauf unserer Geschichte. Diana Brecht wird mit der Diagnose bösartiger Tumor am Eierstock ins Krankenhaus eingeliefert. Viele Menschen beten für sie. Bei der Operation stellt sich dann heraus, dass die Tumore gutartig sind. Ich fühle mich nach der gelungenen Operation wie neu geboren. Also nach dieser Herausforderung habe ich mir Nähe zu Gott gefunden und mir geht es richtig gut dabei. Zweimal die Woche läuft Diana Brecht hier in den Weinbergen, um fit zu bleiben. Sie nimmt sich hier aber auch die Zeit, um mit Gott zu reden. Wenn ich morgens beim Laufen bin, bete ich zu Jesus und bedanke mich als erstes mal für den Tag, für den Neubeginn und für die Gesundheit, wo er mir geschenkt hat. Und dann mache ich Vierbitte für meine Mitmenschen, die mir sehr am Herzen liegen. Für Israel ist mir ganz besonders wichtig, für unser Land. Es gibt mir dann irgendwie Kraft, wo ich dann denke, ich tue was Gutes. Und dann komme ich mit meinen Bedürfnissen zu ihm, was ich mir wünsche für den Tag. Und mit so einem Gefühl gehe ich dann zurück in den Alltag und fühle mich dann richtig getragen von Gott. Nach dieser Mutmachgeschichte beten wir doch gleich weiter. Eine Frau bittet um Hilfe für ihre Tochter. Bitte betet für meine dreijährige Tochter. Sie hat eine schwere Entwicklungsstörung. Sie spricht nur in Babylauten, kann sich nur mit Gesten mitteilen. Außerdem konzentriert sie sich nur schwer auf eine Sache und scheint in ihrer eigenen Welt zu sein. Es gibt zurzeit noch keine Diagnose. Wir werden nur von einem Arzt zum anderen geschickt. Autismus steht eventuell im Raum. Ich bin als alleinerziehende und berufstätige Mama im Moment absolut überfordert mit der Situation. Danke, Herr, dass du dieses Kind kennst. Ich danke dir. Herr, danke, Herr. Herr, was auch immer das auslöst. Herr, was nicht in Ordnung ist in diesem Kind. Herr, ich danke dir dafür. Herr, berühre es. Herr, was vielleicht nicht hergestellt ist, stelle es wieder her. Und danke, Herr. Herr, dass wir dich bitten dürfen für ein Schöpfungswunder. Das ist ein Schöpfungswunder, Herr, dass dieses Kind sich ganz normal entwickelt und dass die ganzen Sorgen, Herr, verschwinden. Danke. Amen. Amen. Auch das folgende Anliegen klingt nach einer großen Not. Ich bin eigentlich erst 35 Jahre alt, aber kämpfe schon immer mit meiner Gesundheit. Die Hauptprobleme liegen momentan in der Migräne, den starken Schulterschmerzen und der Endometriose. Die Gebärmutter muss vielleicht entfernt werden. Bitte betet für mich um Heilung und Besserung. Ja, Jesus, und du kennst auch diese junge Frau, die so geplagt ist. Und ich danke dir, dass du ihren ganzen Körper wiederherstellst. Danke, dass deine Heilungskraft durch ihren ganzen Körper fließt und alles wegnimmt, was nicht von dir ist. Und ich danke dir, angefangen bei der Migräne. Und wir entmachten diese Migräne im Namen Jesus. Und ich danke dir, dass das aufhört. Auch die Schulterschmerzen und die Gebärmutter. Danke, Jesus, dass deine Heilungskraft da wirksam ist. Und auch in ihrem ganzen Leib, von Kopf bis zum Fuß. Danke, Jesus. Amen. Amen. Eine Frau bittet für ihren Neffen. Er wirkt traurig und erschöpft. Er macht eine Ausbildung zum Tischler und hat im Frühjahr seine Gesellenprüfung. Er will nicht in diesem Beruf bleiben. Sie befürchtet, dass er ab und zu zu Drogen und Alkohol greift. Und eine Frau bittet um Gebet. Sie reagiert auf alles allergisch. Auf Pflanzen, Duftstoffe, Lebensmittel, Kleidung. Sie kann kaum noch Lebensmittel essen und das geht schon über zehn Jahre so. Sie geht kaum noch aus und braucht dringend Gottes Eingreifen. Ja, Vater im Himmel, danke für diesen Neffen und für die Sorgen, die es um diesen Neffen gibt. Und Herr, wir wollen alles in deine Hände legen. Lass ihn auch erkennen, Herr, dass er dich braucht. Ich danke dir dafür. Ich danke dir von ganzem Herzen. Und Herr, du kennst auch die Anliegen dieser Frau, Herr. Ich danke dir dafür. Oh, Herr, du kennst es bis ins Detail. Und ich danke dir dafür, Herr. Herr, diese ganzen Allergien und was da alles mit zusammenhängt. Ich danke dir dafür, Herr. Herr, dass das verschwindet, Herr. Dass sie nicht mehr allergisch ist auf so viele Dinge, Herr. Und ein ganz normales Leben führen kann. Danke, Herr. Amen. Amen. Eine Frau bittet für ihren Nachbarn, der unter schweren Depressionen leidet. Er wartet momentan auf einem Platz in einer psychosomatischen Einrichtung. Ja, Jesus, du kennst auch diesen Mann, diesen Nachbarn. Und ich danke dir, dass du Licht in seine Dunkelheit hineinbringst. Ich danke dir, dass du ihm begegnest und dass du ihm wirklich da heraushilfst aus diesem tiefen Tal. Dass er wieder Mut hat und dass er Zuversicht hat und dass er wieder Licht hat. Danke, Jesus, du bist der Herr. Und wenn er auch in Therapie geht, Jesus, danke, dass du ihm dort begegnest und dass er da wirklich deine Hilfe erfährt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Wenn ihr über die Sendung hinaus ermutigt werden möchtet, dann geht auf unsere Website missionswerk.de. Stöber durch spannende Lebensgeschichten und inspirierende Andachten. Ja, die Zeit vergeht immer wie im Flug. Und möchtet ihr noch einmal abschließend für alle Gebetsanliegen beten, die wir jetzt nicht vorlesen konnten? Ja, aus Zeitgründen können wir nicht alle vorlesen. Und da beten wir doch gerne. Jesus, ich danke dir, dass du die vielen Menschen kennst, die jetzt dir Anliegen geschickt haben. Und sie haben es vor deinen Thron gebracht. Und sie haben es abgeschickt, weil sie die Hoffnung auf dich setzen. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst, dass du jedes Problem kennst, dass du jede Sorge, jede Not kennst. Und ich danke dir, dass du eine Lösung hast für jedes einzelne Problem und dass du jede Person segnest, die ihre Hoffnung auf dich setzt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ihr beiden, danke für eure Gebete. Sehr gerne. Sehr gerne. Danke auch, dass ihr dabei wart. Ihr könnt uns gern weiterhin eure Anliegen schicken. Das Gebetsteam betet auch über die Sendung hinaus für euch. Wir antworten euch auch nach der Sendung und stehen gern mit euch in Kontakt. Jeden Mittwoch und Freitag beten Daniel und Isolde übrigens um 12 Uhr auf YouTube für euch in der Sendung Hoffnung um 12. Für heute verabschieden wir uns. Seid auch am 10. November um 19 Uhr dabei, wenn es wieder heißt Gebet für dich live. Das Gebet für dich live.